So, noch ein kleiner Beitrag für alle Kleinstwagen und vor allem für VW-Up-Besitzer. Ihr kennt bestimmt die Ablage hinten. Mir passiert es oft, dass ich sie vergesse runterzumachen. Ich mache die Klappe zu und steige ein, schaue in den Rückspiegel und denke mir, ach, da habe ich was vergessen. Ich habe mir einen kleinen Ausweg geschaffen. Naja, was heißt geschaffen? Eigentlich durch Zufall. Ich habe hier nämlich mein kleines Angry Bird im Auto, so als Deko. Und ja, was Angry Bird nehmen wir einfach, schmeißen es dagegen und schon ist das Problem erhoben. Wir müssen nicht aussteigen und können losfahren.